Willkommen meine Sturmtruppen, wollt ihr schon immer beim Arct Imperium im Tribe Mitspieler? Jetzt ist die Chance gekommen. Am 8.8. wird Ark Survival Evolve zur Vollversion released. Hierfür werden offizielle Server neu aufgesetzt. Die alten Server bleiben, klar, das ist alles so wie es ist, aber es kommen neue Server dazu. Die werden extra neu aufgesetzt und verklastert miteinander. Bezüglich Eastland, Scotch Earth, Sander, ich weiß gar nicht, ob Ragnarok auch mitgeklastert wird, aber das ist Zukunftsgeschichte. Was will ich von euch? Ich will ein großes, großes, großes BIMPIRE erschaffen. Wer wollt dabei sein? Meldet euch bei mir. Und ihr kommt in den Tribe rein. Dann machen wir zusammen Attack aus und dann bleibt der Server gedoint und versucht, den kompletten Server zu erobern. Das ist das Ziel dieses Tribes. Der Tribe ist auch überhaupt nicht limitiert. Ich nehme jede Hilfe, die kommt. Es zeigt sich mit der Zeit, ob jeweilige Personen drinbleiben oder rausfliege, je nachdem wie ich euch verhalte im Tribe. Es gilt immer das Motto für den Tribe, nicht gegen den Tribe. Das ist immer der Tribe an erster Stelle. Das ist ganz wichtig. Weitere Dinge finden wir in der Videobeschreibung. Was gibt es noch zu sagen? Je nachdem wie ich euch anstelle, könnt ihr natürlich auch bei irgendwelchen Projekten mitmachen, wo man als Joine Lasses Tech-Hunter sind, was im Moment ganz aktuell ist, wo wir dabei sind, oder dergleichen, was da kommen wird. Ja, aber das Hauptziel ist es, jetzt ganz ehrlich und offen gesagt, ich möchte ganz großer Tribe erschaffen mit euch. Jeder, der kommt, wird aufgenommen. Teamplay wird postgeschrieben. Teamspeak ist Pflicht. Ohne Teamspeak geht gar nichts bei solchen Projekten. Skype würde ich auch sehr empfehlen, das zu haben ohne Account, weil wir das größte Teil wahrscheinlich über Skype regeln werden. Ist veraltet, ich weiß, aber immer noch besser wie alles andere. Klar, es gibt WhatsApp, aber nicht jeder will seine Nummer rausgeben und so weiter, also Skype. Dort drüber organisieren wir uns dann und ja, ich freue mich auf jeden, der sich meldet. Umso mehr, umso besser möge die Macht mit euch sein. Und besser mit euch.